Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Hi, ich bin Dominik. Ich bin der zweite Käpt'n von Adler Delbrück 2. Hi, ich bin der Sammy und ich bin der erste Käpt'n von Adler Delbrück 2. Wir sollen den Spieltag tippen. Und zwar fangen wir an mit Mehrheim 2 gegen VfB 05. Was willst du da sagen, Dominik? Ja, ich würde mal so 1 zu 3 tippen. Okay, dann kommen wir zu Botan 2 gegen Hittorf 3. Was tippst du da, Sammy? Ich sag mal 3 zu 0 für Hittorf 3. Stammheim 2 gegen Zündorf 4. Ich denke, Zündorf 4 macht das Ding locker 5-0. 5-0, okay. Rheindorf 1 gegen Brück 2. Da bin ich ziemlich unentschlossen. Ich würde eher 2-1 Brück sagen. Schließe ich mich an. Wiesdorf gegen Ratholmer 2. Da würde ich sagen 0-3. 0-3 Ratholmer, ja. Dann FC Leverkusen gegen Buchheim. Ja, ich denke mal nach der Niederlage heute wird die SC Leverkusen rehabilitieren. Die werden 4-1 gewinnen. Gut. Urbach 2 gegen Delbrück 2. Da würde ich ein ganz klares 4-0 für uns tippen. Bin ich dabei. 0 steht auf jeden Fall. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.